Okay, ich würde einfach mal sagen, genau, wir lassen euch jetzt erstmal hier alles stehen und ich repetriere jetzt erstmal hier die ganzen Sachen. Ähm, oh, die haben ja einen zum Teil sogar kaputt gemacht. Ja, geil, aber das müssen wir sogar gar nicht mal mehr aufbauen im Moment. Wir haben Gold entdeckt, habe ich noch gesehen. Okay, 70 von diesen Juwelen. Ja, man braucht 100, um was Neues abzubauen. Holy shit, okay. Netherstein heilen. Verbesserung Hilfsgeistvorrat. 10 Gold und ich, ah, ich kann mehr tragen. Oh, das wäre sau wichtig. Mehr Hilfsgeister, bessere Steinmetzeffizienz, bessere Zimmer. Große Sch- Oh, hier kann ich dann mehr mitnehmen. Banner. Jede weitere Verbesserung fügt folgendes hinzu. 15 Kreaturen. Die sich, ah ne, aber das sind nicht die, die ich selber holen kann, sondern so, die ich finden kann. So wie die Zombies und so von vorhin. Okay, das ist krass jetzt natürlich. Ähm. Dann wird das erstmal das Ziel sein, wahrscheinlich Gold überhaupt zu finden. Vielleicht kriege ich Gold auch. Ah, ich habe sogar 5 Gold. Wait, wenn ich Piglins kille wahrscheinlich. Okay. Let's go. Wir gucken mal auf die Map. Das ist zwar nicht die Map, das ist die Map. Ähm, hm. Wir hätten hier hier Ressourcenbelohnung. Das ist eine gute Entscheidung. Markierung hier hin. Wir gehen zu unserem privaten Brunnenhaus zurück. Wenn sie die upgraden wollen, dann müssen wir sie stoppen, bevor sie das tun. Also, auf den Weg. Meine Kumpanen. Weiter geht's. Oh, pass ein Jump. Yo, was ist das denn für eine große Base? Okay, wait. Vielleicht brauche ich doch so einen Respawn. Ding. Ich weiß nicht. Wie kommen wir hier rein? Da kann ich. Eine Brücke bauen. Okay. Cut ziehen. Geile Sau. Selber. Selber geile Sau. Yo. Und ich soll das hier irgendwie kaputt machen können? Diese Nacht noch? Bevor sie das verbessern? Alter. Okay. Ja, danach, ne? Okay. Hier sieht es aber gut aus. Hier könnte ich rüberkommen. Da kommen sie auch schon her. Dann Angriff. Was machen die Idioten da unten? Ach, ihr seid so kacke. Du auch. Links ist direkt so ein... Boah, mein Gott, wie viel Pickeln hier wieder sind. Ich bin schon bereit. Ich bin bereit. Aua. So. Weg mit euch. Bam. 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 Pickeln Massaker. Aua. Komm schon. Mach die Mauer kaputt. Ich bin bereit auf die Pickeln. Ja. So, jetzt weg mit denen. Okay. Die Frage ist... Machen wir erst hier die Spawner kaputt. Die Türme. Oder gehen wir direkt auf das Portal? Ich weiß es nicht. So viele wie hier sind. Komm. Wir probieren es direkt mit dem Portal. Ich weiß nicht, ob das so die gute... Eine gute Entscheidung war. Okay. Wir gehen erstmal hier auf dieses Teil hier. Alter, kommen wieder neue raus. Okay. Weg mit dem Turm. Weg mit dem Turm. Komm schon auf den Turm. Weil wir den Turm weg haben. Hey, ist so eine Gold-Dings. Ey, die kann man bestimmt kaputt machen und man kriegt Gold. Das müssen wir testen. Okay, das kann man tatsächlich auch kaputt machen. Wir haben jetzt 14 Gold. Das merken wir uns mal. 10 Gold. Das ist stark. Dann geht mal hier dagegen. So. Und ich... Wird gerne eigentlich neue Viecher holen. So viele habe ich jetzt ja nicht. Da hinten ist auch noch eine Baumaschine. Haben sie die? Ja. Ja, komm mit, Jungs. Nice. Okay, dann ab auf den Turm. Und ein anderer Teil hier drauf. So. Okay, komm mit. Alle? Nein, alle. Auch der Hässlinge da. So. Und jetzt geht hier drauf. Angriff. Solange jetzt hier nicht so irgendwie der bosshafteste Boss rauskommt, dann sieht ja alles ganz nice aus. 5%. 5%. Aua. Hey. Was mein Typ in Ruhe. Was ist? 2%. 1%. Let's go. Ja. Ja. Let's go. Haha. aber morgen stern wer von denen ist eigentlich der boss oder so als ich verstehe es nicht da ist immer irgend das sind 50 mili und riesige picklitz ist der böse also böse ob es die aber let's go 127 gold und 170 juwelen würde ich sagen gehen wir erst mal zurück die wollen hier sachen ausbauen und dann muss ich da noch helfen aber wir gehen erst mal hier zurück und bauen nichts wir bauen nichts oh nein oh nein Die Schmerz hat das Wachstum der Piglenz veröffentlicht. Nicht nur die Skeletten. Revenge hat zu all unseren Freunden gekommen, ich bin mir Angst. Ist das der Preis ihrer Bravheit? Aber ich werde jetzt erstmal hier ist der Spot. Okay. Was baue ich denn mal? Naja, eigentlich würde ich gerne auf die Flammen sparen. Fehlen da nur noch 21 Stück. Das ist ja basically nichts. Ich glaube, wir versuchen hier hinzugehen. Die Jagdhorde. Heißt das? Achso, das heißt alles die Jagdhorde. Naja, nee, stimmt gar nicht. Bastionshorde, Spornhorde, Jagdhorde. Okay. Dann wird das hier unser nächstes Ziel sein, weil dann haben wir auf jeden Fall genug Prismarine. Wie ja? Ja was? Du bist noch nicht ganz bereit für diesen Kampf, du musst später wiederkommen. Ich bin noch nie bereit für diesen Kampf, du musst später wiederkommen. Ich bin noch nicht bereit für diesen Kampf, sagen die mir hier. Wieso? Okay, wait, das sieht echt krass aus. Gehre mehr Freunde, gehre mehr Töne, und du bist bereit für diesen Kampf in keinem Zeitpunkt. Okay, dann gehen wir jetzt erst mal hier hin. Tö. Und versuche irgendwie die Skelette zu verteidigen. Ah, hallo. Also wenn wir da nicht bereit für sind, dann will ich da ungern irgendwie irgendwas überstürzen. Richtig und wichtig. Okay, ich bin durch irgendwas langsam. Okay, cutscene. Oh, ha. Oh shit. Was machen meine Viecher da? Okay, Leute. Okay, da ist wieder dieses Viech. Wir... Vielleicht können wir es diesmal killen. Auf ihn mit Gebrüll! Sehr viel Leben. Ja, aber actually, Alter, ich weiß auch nicht. Ich weiß noch nicht genau. Vielleicht steht irgendwas in dem Handbuch. Ich gucke da einfach jetzt rein, während die hier gegen den Kämpfen. Pygmadillus sind die Eliteeinheiten der Jagdhauten. Sie sind rollende Gepanzer. Sie neigen auch dazu, Holzwälder zu durchschlagen, wie eine Schaufel durch die Sand. Ja, okay, Digger, aber... Oh, endlich. Holy shit. Äh, Käfigöffner? Stimmt, das ging ja so, ne? Okay. Das sind ein paar mehr Ballen bei deinem Seite. Jetzt will ich dir frei, ihre Freunde. Nice. Ja, wer hat den direkt mal den nächsten Käfig öffnen? Also wie den hier. Angriff! Oh shit. Ich hoffe mal, die können das hier ein bisschen schaffen. Derzeit hole ich hier die restlichen. Und ihr geht auch mit dem Angriff. Okay, gucken, dass ich hier keinen vergessen habe. Die machen ja alles kaputt, die Idioten. Okay, nice. Was ist das jetzt? Ach, da war noch ein Käfig. Okay. Scheinbar haben wir gewonnen. Yo. Yo. Wait, ist hier ein Portal? Haben die hier ein Portal gepackst? Ah. Okay. Okay, ich klicke hat sehr viel Schaden durch die ganzen Ficklen hier. Mehr kann ich nicht mitnehmen. Das ist nicht geil. Das heißt, wir stellen erstmal alle... Na, guck mal, wisst ihr... Ihr greift das ja an. Oh nein. Oh nö, Digga. Okay, während ihr den angreift... ...hole ich hier alle mal, dass die den angreifen. Je mehr den angreifen, desto schneller stirbt er. Und ich verteidige derzeit ihr Skelette. Könnt ihr das hier angreifen? Ja, dann schießt mal da hoch. Ihr seid ja Fernkampf. Ey! Die Hoglins! Okay, ähm, ihr geht... Okay. Ihr geht erstmal hier hin. Angriff auf den nächsten Picklen-Spawner. So, und die ganzen Skelette hier links. Machen direkt das Ding daneben kaputt. Sehr gut. Und ich bin frei in der Zeit... Okay, neben mir steht ein Picklen. Lol. So, was auch immer das hier ist... Äh, ups, falsche Taste. Was auch immer das hier ist? Angriff. Derzeit holen wir die... ... ganzen Picklins von hier hinten. Äh, Picklins sag ich schon. Ihr geht da drauf. So, und euch schicke ich jetzt einfach mal dagegen. Und wir befreien neue Skelette. Oh, ihr paar Skelette. Und ihr? Ihr habt das Teil kaputt. Jetzt geht ihr auf den Turm. Oh, das sind Creeper. Oh mein Gott. Hallo. Sind die wirklich so krass? Was sind das? Legendär-Einheiten? Ich weiß es nicht. Deswegen... ... schicken wir euch einfach hier hin. Kommt schon, Creeper. Was könnt ihr? Ich glaube, die werden sich jetzt einfach selber... Oh ja. Yo, wie viel Damage? Yo! Angriff. Einfach macht das Portal kaputt. Let's go. Vier, zwei, eins. Nice. Diamante Deck. Neue Ressource gefunden. Und natürlich Treffsicher habe ich bekommen als Errungenschaft. Yay! Okay, ich habe fast keine Viecher mehr. Nur noch sieben Stück waren von mir. Oh. Was bauen die denn jetzt? Die ewige Flamme. Ein Arters Salute. Ja. Jetzt ist das eine hohe Ehre. Nice. Wie viele Skelette hier jetzt rumlaufen. Holy shit. Ich habe einen Skeletonspawner. Als lange die Flamme weiterentwickelt, die Skeletons kämpfen, wenn du sie brauchst. Nice. Jetzt habe ich einen Skeletonspawner. Die Skeletonspawner, die mit den Allaisen kämpfen, die mit deinem Seite kämpfen. Nice. Okay, das ist nice. Das ist nice. Ähm. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder hier zurück. Noch mit 50 Millionen Skeletten. Ah, wir haben jetzt neue Sachen. Fernbau-Aussichtspunkt. Die Schussweite von Pfeil-Türm, Streu-Türm. Äh, das hatten wir schon mal. Das Ding. Eis-Falle. Friert nah an den Gegner ein. Verursacht aber keinen Schaden. Das ist cool. Tatsächlich. Aber ich wollte jetzt erstmal... Ja, genau. Hier ist Skelette. Nice. Wir bauen jetzt erstmal... Eine größere Flamme. Diese Upgrade-Dinger, die werden wir jetzt erstmal... Ich werde jetzt erstmal hier hinbauen. Hast du wieder hier in so ein Eck rein wahrscheinlich, ne? Äh, bam. Let's go. Und jetzt habe ich 10 neue Flammen, wa? Oder? 24? Ich habe jetzt 24? Äh... Plus 10 Flammen steht hier. Was ne Frechheit. Jede Verbesserung fügt 10 Flammen dazu. Und wieso habe ich denn jetzt dann nur 24? Ah. Okay. Das Problem ist, ich kann die Hälfte nur mitnehmen. Dazu brauche ich, ähm... Das mit dem Banner. Hier. 15... Plus 15 Kreaturen. Ah, das bräuchte ich halt jetzt doch. Dann... Platzieren wir die Markierung und machen uns dann auf den Weg. Wenn wir wiederkommen, haben wir hoffentlich genug Presmarin für Mermaids. Vielleicht habe ich deswegen auch noch 24 Flammen, weil ich noch nicht mal mehr genug Leute mitnehmen kann. Das kann tatsächlich gut sein. Alter, ist das hier hell. Okay, hier geht's weit hoch. Hier geht's weit hoch. Okay, neue Cutscene. Die Horde der Sporen sind vielleicht, was antithesieren unsere Welt am meisten. Sie sind chaotisch, noxisch und ohne Grund. No! Geh nicht da. Na, das sind die Bomber. Okay, okay. Vorbestellt? Äh, tatsächlich, ja. Okay. Ich hab'n Plan. Ja, genau. Hier hoch. Und... Ups, falsche Tasse. Rein da. Und in der Zeit werde ich eine Brücke dorthin bauen. So. Naja, wir haben den einen Turm hier. Oh, shit. Ähm, wir bauen die nächste Brücke darüber. Okay, ähm... Angriff! Ich glaube an euch. Hier kann ich hier einen Weg hoch machen. Wichtig. So, weg mit euch. Okay, musst du zahsen. Die Brücke ist nicht perfekt platziert. Aua. Ab auf den Turm. Und ich geh in der Zeit kurz einen Rückzug machen und hol' neue Krieger. Okay, da ist wieder ein so ein Idiot runtergefallen. Ich komm' nicht drauf klar. Ja, perfekt. Ich bin selber ein Idiot, der runtergefallen ist. Diese Brücken, die hab' ich echt scheiße gebaut. So, kommt mit. Ihr Viecher. Hab' ich alle. Ich hab' 20 Stück. Bitte fall' nicht runter. Okay, sah gut aus. So, ab auf den Turm. Dank mit dir, Piglin. Ja, wieso seid ihr alle so nutzlos? Macht doch, was ich sag'. Ja, dann geht hier drauf, Alter. Wenn ihr meint. Ist ja nur noch eine Goldstation. Ah, da drüben. Die hätte ich gerne, actually. Ah, und hier. Ähm, dann geht mal hier ran. Ah, hier ist auch noch eine Goldstation. Wir kehren schon wieder 10 Viecher, Alter. Holy Shit. Würde ich sagen, hol' ich mal kurz neue. Am besten ganz viele Fernkämpfer. Äh, Nahkämpfer. Okay, okay. Wie mach' ich das am besten? Krieg' ich eine nach da drüben? Tatsächlich. Oh, bin runtergefallen. Das ist nicht gut. Okay, aber ich konnte noch eine bauen hier. Oh, Shit. Oh, ihr kommt mit. Ist das eigentlich nur noch Golem? Vor allem nur noch sieben Stück. Also hab ich der Rest Skelette sind. Naja. Ab, dafür. Der letzte Golem ist auch gleich tot. Sieht danach aus, als müsste ich gleich neue Leute holen. Schicken euch jetzt alle hier rein. So. Ah, die Skelett-Typen, die greifen sogar das Ding da hinten an. Haben die nicht mehr... Müsst ihr nicht mehr mehr machen. Ihr müsst einfach nur das hier kaputt machen. So. Der Rest kann hier gerne das Portal abreißen. Macht ihr gut, Jungs. Sauber. Nein, da ist sogar oben drauf. Okay. Mittlerweile haben die die Goldkacke auch kaputt. Ja, gib mir das Gold. Oh ja, da liegt gut Gold. Juhu. So. Ey. Ja, ich wollte es gerade sagen, Alter. Tut mir hier ja nicht... Ja. Besser ist es, Digga. Reiner. Zwölf. Zehn. Acht. Sieben. Fünf. Vier. Zwei. Eins. Null. Merkt mit euch, ihr scheiß Piglins. Merkt mit euch. Nice. Der badet gerade scheinbar. Der riesen... Knecht. Der erzählt ihm jetzt, dass wieder was Neues hier gestürzt wurde. Dann rastet er wieder aus. Digga, der badet in den roten Düben und so'n Scheiß. Wait, der hat gar... Der hat gar das... Das Piglin gegessen. Das Piglin-Kind. What the actual fuck? Digga, was passiert hier? Wir haben mittlerweile 120 Gold. Das ist saugut. Das ist saugut. Das ist saugut.